Hallo liebe Funk-Freunde, kleiner Teaser. Heute Abend um 19 Uhr, also heute Sonntag, gibt es hier auf dem Afu-Channel ein Livestreaming. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere einfach den Kanal, klick auf die Glocke, denn dann bekommst du eine Information, wenn das Livestreaming hier losgeht. Ich freue mich auf heute Abend, 19 Uhr, ich freue mich euch zu sehen und bis dahin, 73.